Hey hoi Leute und herzlich willkommen zur 23. Folge von Shadows Haus der 1000 Schatten, nicht Haus der 1000 Türen, wie ich es in der letzten Folge schon wieder falsch gesagt habe. Oder auch Shadows Price for Our Sins. Ja, wir sind hier in dieser Küche gelandet. Oder ja, in dieser Küche. Oder Moment, wir können ja nochmal schauen, ob wir sich was getan hat im Buch. Oh ja, stimmt, das haben wir ja glaube ich auch gesehen. Ah, das war gar nicht so viel. Okay. Zwischen den alten Dias habe ich Zeichnungen von Reitern entdeckt. Irgendwo hatte ich die schon mal gesehen. Sie waren Teil irgendeines Mechanismus. Wo hatte ich sie schon mal gesehen? Ja, das haben wir schon. Ja, ich finde ja aber gut, dass das nochmal so aufgeschrieben wurde von der Dylan. Naja, aber das haben wir jetzt schon gelöst gehabt. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, und wir haben ja diese Küche noch getroffen. Ja, die hat aber nicht gesagt, raus aus meiner Küche. Nein. Wir sind eher rein in ihre Küche gegangen. Ja, sorry, da musste sein. So, was können wir denn jetzt machen eigentlich mit diesem Eiswürfel und diesem Würfel und... So, wir haben jetzt, stimmt, wir haben jetzt die zwei Salzstreuer. Ganz vergessen. Gut, setzen wir die hier hin. Was müssen wir jetzt machen? Hier so eine Art Schach mit Sudoku. Nee, nur Sudoku anscheinend, oder was? Tippe auf leere Quadrate, um das gesamte Brett mit weißen und roten Salzstreuern zu füllen. Die Ziffern stehen für die Anzahl und Farbe der Salzstreuer, die nebeneinander platziert werden sollen. Achso. Okay, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das richtig verstehe gerade. Das heißt, es ist so ein bisschen wie Mindsweeper, so ähnlich. Also es ist eher nicht wie Sudoku, sondern eher wie Mindsweeper anscheinend. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Sozusagen, also wir müssen jetzt praktisch hier zum Beispiel drei Weiße angrenzen lassen an diese drei. Also hier, hier und hier, oder was? Und hier dann vier rote, also vielleicht, was weiß ich, wohin. Und dann hier wieder zwei. Ja doch, könnte sogar sein. Achso, hä? Ah, okay. Alles klar. Gut, also drei Weiße müssen hier hin. Das heißt, wir können das schon mal hier so machen, weil anders geht's nicht. Vielleicht gehen wir mal so ran. Hier sind dann fünf Weiße auch wieder. Das heißt, wir können die nur so komplett außenrum stellen, weil sonst geht das ja gar nicht. Hier sind zwei, da können wir hier einen hinsetzen. Und hier einer. Und hier aber wieder zwei. Ja, wahrscheinlich wegen hier dem da. Dann sind hier zwei dran, hier je eins. Ne, das geht ja dann gar nicht. Verdammt, ich bin so doof. Ne, da muss hier irgendwie einer hin. Damit es hier zwei sind. Genau, so. Damit hier aber wieder einer sind, dann können entweder hier oder da einer hin. Ich mach mal auf beide eins hin. Das können wir ja nachher nochmal korrigieren, eventuell. Aber hier müssen dann wieder zwei rote hin. Deswegen können hier nur die roten sein. Weil ansonsten ist ja alles von den weißen hier unten belegt. Und die stimmen auf jeden Fall. Okay, ähm... Ein weißer. Der kann ja nicht hier hin. Der muss entweder hier hin oder hier hin kommen. Ich stelle jetzt einfach mal zwei hier hin. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Aber hier sind ja auch zwei. Dann kann der nur hier unten sein. Sonst wären es hier zu viele. Also hier mit dem. Dann wäre es ja drei. Außer da kommt nicht hier oben hin. Kann der auch sein. Okay, an dieses Feld sind zwei. Das heißt, so könnte es schon mal stimmen. Weil dann sind hier die zwei. Dann müsste aber hier noch irgendwie einer hin. Hier kann ja zum Beispiel sehr gut einer hin. Oder hier hin. Ich mach jetzt mal einfach zwei hier hin. Und ich versuche jetzt auch irgendwie erstmal die weißen durchzubekommen. Aber eigentlich müssten wir beide gleichzeitig machen, ne? Okay, ein roter kann schon mal hier hin. Der ist ganz bestimmt hier. Weil hier müssen wir vier... Warte, hier müssen wir vier rote dran machen. Das können wir so machen. Weil dann sind es vier. Von jeder Seite. Und hier sind es nur zwei. Das heißt, wir können das so lassen. Dann brauchen wir hier drei weiße. Die können dann eigentlich nur hier sein. Okay. Bisher klappt es ja noch relativ gut, oder? Gut. Wo machen wir jetzt weiter? Vielleicht mal hier. Da sind sieben Stück. Das können ja eigentlich nur alle sein, irgendwie. Weil das sind ja nur sieben Felder frei. Ne, oder habe ich mich jetzt... Ne, es sind sieben. Genau. Die zwei sind von hier. Dann sind hier die drei. Dann müssen hier noch fünf hin. Das heißt, wir können theoretisch... Eins... Aber hier muss auch noch fünf hin. Hier muss noch einer hin. Aber damit es hier sechs rote sind... Eins, zwei, drei, vier... Das geht doch dann gar nicht, oder? Eins... Ne, hier ist ja noch eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind doch dann aber nur fünf. Hä? Oder was habe ich denn jetzt mit dem Weißen gewollt? Dann müssen wir hier aber einen Weißen hinmachen, aber das darf ich ja nicht. Dann muss der Weiße irgendwie hier hin. Ne, das geht ja gar nicht wegen dem Zweiten. Oh, jetzt wird es ein bisschen kompliziert hier alles. Ich hoffe, dieses Rätsel nimmt jetzt nicht den ganzen Part ein. Aber ich glaube das sogar schon. Ich befürchte gerade, dass es wirklich den ganzen Part einnehmen wird, weil es ist ziemlich viel rumgedenkt. Und Denkarbeit dauert bei mir manchmal ein bisschen länger. Ich weiß nicht. Okay, vier. Das heißt, wir haben hier schon mal einen. Der ist ja auf jeden Fall... Die stimmen ja, glaube ich, die zwei. Auf jeden Fall. Also eins, zwei... Da könnten wir hier noch einen hinmachen. Dann haben wir hier auch einen für den Fünfer und den Sechser. Drei... Und dann fehlt noch einer. Aber hier müssen auch sieben Weiße hin, schon wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann könnten wir es so in etwa machen. Trotzdem fehlt dann hier noch so ein Roter. Aber wie bekommen wir dann hier die sieben hin? Äh, Moment. Warum habe ich hier eigentlich den Weißen hingesetzt? Ach so, wegen dem. Ach, das ist Kacke. Das verwirrt mich jetzt echt so ein bisschen arg, weil wir brauchen für hier noch einen Roten. Gleichzeitig können wir aber hiervon keinen benutzen, weil hier müssen drei Weiße sein. Hier brauchen wir noch einen Weißen. Den können wir ja nicht hierhin machen, weil hier nur einer stehen darf. Und hier die zwei. Das stimmt ja so weit, denke ich. Ähm... Dann haben wir hier vier Rote. Die können wir hier aber auch nicht machen, weil wir hier wieder sieben Weiße dran haben müssen. Und wir können nicht... Das sind ja acht Felder außenrum. Und wenn wir eines für den Roten benutzen müssen, können wir ja nur... Oder wenn wir sieben Felder für die Weißen benutzen müssen, können wir da ja nicht zwei Rote drauf machen, damit hier vier Rote drauf sind. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, das ist gerade ein bisschen verwirrend irgendwie. Okay. Machen wir vielleicht mal von hier aus ein bisschen weiter. Hier müssen acht Weiße stehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Das sind ja alle schon wieder. Also müssen wir hier komplett Weiße drum stellen. Das ist schon mal was, was man auf jeden Fall klar sagen kann. Dann sind es hier sechs Weiße. Den da können wir eventuell sogar wegmachen. Ah ne, weil hier drei Weiße auch sein müssen. Okay. Also haben wir hier vier. Dann müssen wir noch zwei Weiße setzen. Und die sind dann entweder hier oder da. Oder hier sogar. Also eben hier so. Okay. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Also wir haben jetzt zwar schon... Den größten Teil haben wir jetzt schon fertig. Aber jetzt wird es so ein bisschen tricky. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich noch ansetzen könnte, sag ich mal. Also hier brauchen wir zwei Rote. Das ist klar, dass die hier hinkommen. Müssen, weil sonst sind ja keine Plätze frei. Zwei Weiße können dann auch nur hier hin. Das ist logisch, weil sonst gibt es ja auch wieder keine frei hier. Dann haben wir hier drei. Das heißt, der Weiße kann entweder hier hin, dahin oder dahin. Und hier brauchen wir aber vier Rote. Das heißt auch wieder, dass sie nur hier hin können. Okay. Dann muss hier ein Weißer sein. Weil hier nur einer dran ist. Und dann müssen hier die restlichen mit Rot sein. Okay. Das stimmt schon mal so, denke ich. Ja, doch müsste. Dann ist nur noch die Frage, wo kommt jetzt der letzte Weiße hin? Kommt der hier hin oder da hin? Weil wir brauchen hier noch sechs Rote. Also noch vier andere Rote. Das heißt, wir können die eigentlich auch wieder nur hier hin machen. Aber dann haben wir hier keinen dritten Weißen. Und hier auch keine vier Weiße. Wow. Das ist gerade echt knifflig. Muss ich sagen. Schlimmstenfalls muss ich es halt nochmal neu anfangen. Leider. Aber Ja. Hm. Das ist gerade echt schwierig. Aber ich denke, der Weiße kann dann hier hin. Weil hier brauchen wir ja auch vier Stück. Vier Weiße. Dann können wir den hier hinsetzen. Damit wir hier nochmal welche für den Sechser haben. Also eins, zwei, drei, vier. Was müssen ja sechs Stück sein? Das heißt, hier muss wahrscheinlich nochmal einer rot sein. Aber das klappt doch dann hier auch nicht. Boah, ich bin verwirrt. Entschuldigung. Okay. Wie bekommen wir es hin, dass hier sechs Stück rot sind? Hier aber trotzdem drei weiß. Und hier auch drei rot. Und Moment, das sind vier rot. Huch. Das sind nicht mal vier Rotes und noch viel mehr. Mehr rot als... Moment. Stimmt, wir haben hier noch Platz für Weiße. Habe ich irgendwie voll falsch gesetzt hier? Das alles kann doch sein. Okay, dann verstehe ich es auch wieder so ein bisschen mehr. Also, drei Rote. Das heißt, wir können die zwei auf jeden Fall benutzen. Die zwei müssen wir sogar benutzen. Das ist logisch, weil die gehen ja gar nicht anders. Von dem Vierer hier und von dem Zweier hier. Die müssen da stehen. Das heißt, drei. Das ist halt entweder der oder der. Ist halt die Frage, welcher? Hier darf ja nur einer stehen. Ja, das ist okay. Dann haben wir hier den Weißen von hier. Ja, dann können wir theoretisch oder... Moment kurz. Nehmen wir jetzt erstmal die zwei hier weg, weil die irritieren mich gerade so ein bisschen. Das geht ja eigentlich gar nicht anders. Stimmt. Hierfür... Ne, aber hier ist ja auch noch einer. Ne, stopp. Ja, eben. Wie gesagt, entweder hier oder da. Weil da wir hier noch ein Weiß brauchen und hier sogar noch Rot, dann machen wir den Roten eher hier hin, oder? Und den Weißen hier hin. Damit der bei den Fünfer noch dabei ist. Und bei dem Dreier, dieser Rote hier. Okay. Hier haben wir die zwei dran. Hier haben wir die drei dran. Sieben sind es auch. So. Dann geht es jetzt hier mal weiter, oder? Was ist hier eigentlich? Hier brauchen wir sechs Rote. Wir haben aber nur drei dran im Moment. Aber drei gehen ja gar nicht. Wir brauchen ja dann mehr als... Wir brauchen ja dann drei Stück. Und wir haben ja jetzt nur zwei Felder frei dafür. Für diese sechs. Heißt, ich habe da einen Weißen falsch gesetzt, oder was? Och, Mann. Schwierig. Das ist echt schwierig. Aber wir können das ja auch nicht umsetzen, weil die zwei stimmen ja auch hier. Denke ich. Den brauchen wir ja nur für die Eins, weil die können wir ja da nicht hinstellen. Also die... Der Weiße stimmt auf jeden Fall hier. Oder doch nicht. Aber hier brauchen wir ja auch vier Rote. Wären wir nur drei. Wow. Das wird gerade echt kompliziert. Oh, Mann. Ich überlege gerade echt, ob ich es neu anfange. Aber ich will irgendwie auch nicht. Weil ich mir auch denke, Ich denke, ich kriege das so irgendwie hin. Also die drei Weißen stimmen auf jeden Fall. Dadurch, dass die drei Weißen stimmen, können die zwei Roten auch nur hier sein. Dann kann der eine auch nur hier sein, der Weiße. Deswegen... Aber da hier ja auch sieben Weiße gesucht sind... Und wir hier ja auch sechs Stück und fünf Stück brauchen. Da kann der nur hier stehen, oder? Ach, Mann. Das ist gerade echt verwirrend. Das geht ja gar nicht anders als so. Wir müssen den Roten ja irgendwo hinmachen. Oder müssen wir den woanders hinmachen. Das bringt ja eigentlich auch nichts. Das bringt ja eigentlich auch nix. Oder... Wir nehmen das mal aus. Aber hier brauchen wir ja trotzdem eben... Hier brauchen wir vier Rote. Das geht ja nur, wenn wir hier einen Roten hinsetzen. Ansonsten können wir gar keinen Roten hier hinsetzen, weil es ja sieben Weißen sind. Wow! Das ist echt schwierig. Okay. Wir brauchen echt nur eine rote Figur. Aber wo können wir die hinstellen? Ich verstehe das nicht. Weil diese stimmt ja auch von den Weißen her, oder nicht? Aber hier müssen auch vier Rote hin. Vier Stück? Wie soll das denn gehen? Wenn wir hier überall die Weißen brauchen. Och, Mann. Ich bin gerade echt dazu verleitet, das wirklich komplett neu zu starten. Weil ich anscheinend irgendwelche paar Sachen nicht bedacht habe. Jetzt bin ich auch... Ähm... Nicht sicher, ob ich das rausschneiden soll, oder so. Oder ich weiß nicht. Eigentlich würde ich sagen, ich würde schon gern alles drin lassen. Das komplette Rumgerätsel und alles. Weil ich das eigentlich schon gern... Ich zeige das halt gern, wie ich rumrätsel und alles. Aber das stimmt ja auch. Das kann ja nur so stimmen. Ich meine, wenn hier schon fünf... weiße gebraucht werden. Dann kann man hier ja keine rote mehr dran machen. Dann kann man die roten ja nur hier an diese vier Teile setzen. Aber hier brauchen wir auch wieder... Achso, zwei! Ja, okay, ich hab's verstanden. Ich hab meinen Fehler entdeckt. Hier haben wir doch zwei schon dran. Oh, ist das blöd. Okay. Dann haben wir hier die roten. Vier rote. Das stimmt dann schon mal. Okay. Vielleicht bringt uns das jetzt wieder weiter. Hier brauchen wir zwei weiße. Dann haben wir hier schon den einen weißen. Dann kann der letzte weiße eigentlich nur hier sein. Dann haben wir hier die zwei. Dann hätten wir hier auch wieder drei. Aber wahrscheinlich kommt hier noch einer hin, damit hier auch zwei sind. Und dann kommt doch hier unten einer rein, damit hier einer ist und hier eben zwei. Ja, so sieht's schon mal besser aus. Dann mach ich den mal kurz weg. Oder den vielleicht auch. Und überleg mir nochmal, wo der dritte von hier hin muss. Ob der hier oder da hin muss. Okay. So. Wie sieht's jetzt aus? Das sind sieben Stück. Okay. Das geht. Hier haben wir drei rote. Den einen weißen. Ja. Hier brauchen wir vier weiße. Das heißt, wir können hier oder da oder... Moment. Eins, zwei, drei, das sind fünf. Da muss hier irgendwie noch ein roter hin. Und dann können hier eigentlich auch nur zwei weiße hin, damit das hier vier weiße sind. So. Dann machen wir schon mal das. Dann fehlen hier noch zwei andere rote. Die können dann eigentlich auch wieder nur hier hin, sozusagen. Dann können hier nur ein weißer hin, damit es aber noch hier drei sind. Okay. Hier sind zwei rote. Da fehlt noch ein weißer, dann machen wir den mal hier hin und hier die letzten roten. Aber das stimmt noch nicht. Eins, zwei, drei, vier. Das sind fünf. Hier müssen aber sechs rote sein. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Aber wenn ich den... Stimmt. Wenn ich den jetzt rot mache, dann müsste es, glaube ich, komplett stimmen. Weil dann sind es hier vier rote. Das sind immer noch sieben weiße. Stimmt. Da hat nämlich einfach nur... Weil der hier ist dann der eine weiße für hier. Der zwei von da. Damit es hier zwei sind. Hier sind zwei rote. Und ja, dann muss ich den einfach nur noch rot machen. Fertig. Boah, sorry, Leute. Dieses Rätsel hat jetzt fast die ganze Folge einfach mal gedauert schon. Toll, ne? Hoah, schön. Rude the cook was getting ready to serve Mary's dinner when the evil forces came into her way. They ordered Rude to put the hypnotic potion made by Hanukkah into Mary's tea. Unable to fight against the forces of evil, Rude did as she was told. Dinner was served. Mary took a sip of the fragrant drink and fell into a deep sleep. Wow. Jetzt haben wir hier aber auch so ein richtiges Komplott irgendwie, sag ich mal. Also, ich meine, die Gärtnerin muss leider... Ich meine, sie wurden zwar gezwungen, aber es ist trotzdem... Es ging alles irgendwie durch Erpressung oder wie auch immer von den Dorfbewohnern aus, dass Mary irgendwie gestorben ist anscheinend. Ist schon krass. So, ich habe Rude nie für schlau gehalten, aber was sie in jener Nacht getan hat, zeigt einwandfrei ihre losen Moralvorstellungen. Manchmal tue ich das auch. Ich stehe daneben und sehe zu, wie unser glückliches Leben zerstört wird. Doch normalerweise tue ich das für andere. Rude aber hat nur um ihr eigenes Leben gebangt. Die Hexe hat ihr befohlen, ein Schlafmittel herzustellen und in Mary's tea zu mischen. Das Mädchen fiel in tiefen Schlaf. Hätte Rude doch nur Jack oder mir verraten, was sie getan hatte. Aber sie hielt es geheim und das war ein schwerer Fehler. Wären doch an Mary's Stelle tausende solcher Dummköpfe wie Rude gestorben. Wow, also jetzt ist Nadie aber ganz schön böse hier. Aber es stimmt ja eigentlich auch. Meine Fresse, es ist zwar so ein Komplott hier einfach gegen Mary. Und dann machen da einfach auch alle so einfach mit. Ich meine, okay, sie wurden erpresst, wie gesagt. Aber trotzdem, weiß nicht, ist doch komisch. Hier haben wir so eine 8. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich irgendwie gesagt, da steht eine 7, aber jetzt merke ich auch, das sind Seitenzahlen. Huch, ja. Okay, was ist das da eigentlich? Sehe ich gerade gar nicht richtig, was es sein soll. Oder so ein Salzstreuer oder ich weiß nicht, nee. Und hier die Rude anscheinend. Wow. Was hier für Leute unterwegs waren. Das ist schon, wow. Okay, und was können wir jetzt machen? Jetzt haben wir hier auch nur diesen Würfel immer noch. und wo wir drei andere finden müssen und diesen... Achso, hier haben wir doch noch was. So eine Schraube und... Was ist das? Das Gift? Oder was ist das? Ach, das war das, was da als Zeichnung war. Schlafmittel. Achso, ja. Ein Holzbolzen. Ach, hallo! Ich habe gar nicht gemerkt, wie du jetzt aufgetaucht bist. Gut, dann reden wir noch mit dir und dann beenden wir die Folge, würde ich sagen. Gott sei Dank, du hast die winzige Flasche gefunden. Wäre ich am Leben, würde ich jetzt vor Freude tanzen. Ey, du kannst doch auch als Geist tanzen. Also, halt, hält dich niemand von ab. Aber wie du dir vorstellen kannst, ist das als Geist ohne richtige Beine gar nicht so einfach. Ja, vielleicht kannst du trotzdem irgendwie tanzen. Naja. Jetzt bleibt mir nur noch die verfluchte Flasche an mich nehmen. An mich zunehmen, aber egal. Und die Welt der Sterblichen für immer zu verlassen. Aber für das, was ich getan habe, werde ich mich immer schuldig fühlen. Wo ist die Flasche denn nun? Was sagst du denn noch? Ah, du bist das Schätzchen. Schätzchen. Sag nichts, gib mir einfach die Flasche. Ja. Hier hast du das Schlafmittel. Was ist denn da denn jetzt? Ich bin jung gestorben und habe keine Kinder. Ich wünschte, ich hätte eine so hübsche und gutmütige Tochter wie dich. Oh, sie macht da Dylan aber ein schönes Kompliment. Danke, Dylan. Nimm dies. Es sieht aus wie ein Metallstab. Ich weiß. Doch zu gegebener Zeit kann sich jedes Geschenk alles praktisch erweisen. Das stimmt. Das ist... Weiß nicht. Egal wie dumm ein Geschenk vielleicht im ersten Eindruck macht. Oder auf den ersten Blick macht. Das wollte ich sagen. Vielleicht ist es irgendwann ja doch noch irgendwie nützlich. Oder ganz toll. Ich weiß auch nicht. Ich mache mich lieber auf den Weg. Auf Wiedersehen, Schätzchen. Ja, auf Wiedersehen. Dankeschön für alles. Und... Ja. Ein Stab. Ja, toll. Und was können wir damit jetzt machen? Das weiß ich leider nicht. Das werden wir aber in der nächsten Folge vielleicht rausfinden. Ja. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, eure Shadowkeeper Wolf. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020